So, wir fahren jetzt noch einmal eine Runde XXL-Klage. Passpreis ist 4 Euro, wenn man 4 Stück kauft, dann zahlt man nur 3,50 Euro, also 14 Euro für 4 Passpartner. So, wir fahren jetzt noch einmal eine Runde. So, wir fahren jetzt noch einmal eine Runde. So, wir fahren jetzt noch einmal eine Runde. Waho! Die wilde! Waho! Waho! Woohoo! 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 Now for the Polo Polo! Tuck it! Woohoo! 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 Ja팟! Woah! Woah!! Kim Kim Kim, Gibby story Jaaaah! Lägen wir nach Heiner! Jaaaah! Daran gehen wir die Hände nach Uwe! Jaaaah! Sweet! Oh my god! Yeah! Jaaaah! Wuhuu! 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 Also die andere Richtung drehen wäre nicht schlecht. Wuhuu! Oh endlich! Wuhuu! 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 Ja! Okay, dann kommt Gletscher Bieg! Yeah! Na komm, Kinder, wir wollen auch mal die Arme! Die Arme! Wuhu! Das war vorne, das war's wieder! Ready! Die Bübel runter und nach oben drücken, runter und nach oben die Bübel, so wie's heiß! So, das war richtig Hammer auf jeden Fall! Echt heftig auch, wir hatten total den krassen Rechtstrahl! Jetzt haben wir rechts umgedreht, aber macht echt richtig viel Spaß auf jeden Fall! Hammer! Ja, das hat echt Spaß gemacht! 1. 2. uma 3. eine 2. 3 4. Lampart 4. Vielen Dank.